Moin Moin, hallo und ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der großen Spielebibliothek von A-Z mit schon über 690 Titeln. Da ist bestimmt was für dich dabei, aber heute möchte ich mit euch ein besonderes Leckerbissen zocken. Und zwar ist es Back 4 Blood. Das Spiel ist optimiert für die Xbox Series X und gerade auch im Game Pass. Von daher wollte ich mal mit euch die ersten 30 Minuten reinzocken. Mal gucken, vielleicht ist es ja was für euch und ihr seid genauso begeistert wie ich vielleicht auch oder nicht. Es ist ein Spiel aus dem Bereich Ego-Shooter, Shooter-Action-Horror und Survival. Also so ein Mix aus dem, was man kennt. Aber bleibt dran, seid gespannt, dann gehen die 30 Minuten auch schon los. Bis gleich. So liebe Leute, endlich ist es soweit. Back 4 Blood für die Xbox Series X und S optimiert. Und starten die 30 Minuten genau jetzt. So, wir melden uns an, machen das im Fix. Und was haben wir denn hier? Optionfilter an? Aus. Bewegungsschärfe. Lass mal ein bisschen an. Modus Farbenblind. Untertitel komplett. Wir fahren mal sofort, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Ob so ein Filter kann ruhig aus. So, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, HDR-Luminenz. Wir lassen das mal so im Standard. Bildschirm ist angepasst. Können auch fortfahren. Nehmen den ganzen Rotz an hier. Den guten Knebelvertrag und fahren fort. Achtung, Sprach-Chat wird aufgenommen für die Moderation, Sicherheit der Nutzer und Verbesserung der Dienstleistung. Indem du den Chat nutzt, stimmst du dem Blablabla zu. Okay. Willkommen, Fort Hope. Erster Arbeitstag. Ich hoffe, du hast den Start überlebt. Rüste dich aus. Erstelle dein Deck und erledige die Infizierten. Okay, schließen. So, wir wollen natürlich das Tutorial spielen. Wollen, ähm, ja, genau wissen, wie es ist, das erste Mal zu zocken. Walker? Chris? Es ist gut, dass du dich sehen kannst. Chris? Mom. Puh. Long time no see. I was beginning to think you weren't coming. No more freebies, Red. You want the supplies? You need to put aside your difference with Phillips. Yeah, I'm done playing soldiers for him. You should be too. Come on, Chris. But don't tell me you're still falling for his BS. Especially after what happened to Jason. Don't bring my son into this. Look, you know how I feel about Phillips. But he's right about one thing. This is a war. The generals just cling into the glory days. There's no chief left to hail to. Or that I'd want to. Look, I get it. No, you don't. Okay, we're surviving here. Rebuilding. Surviving's not enough. We've got to fight. Now, we don't need to do anything. All right, when was the last time you saw Ridden in any numbers? Hmm? Oh, 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 oh. God, I love Mondays. No shit. Hey, I got this. Oh, on second thought. Oh, 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 oh. Through here. Welcome to the team. So, jetzt dürfen wir uns was aussuchen. Welchen nehmen wir denn mal? Ist das rechts die vier nicht die alte Garde? Okay, wir nehmen... Holy. Obwohl, die hat einen Schläger, die Glock, Machete. Präzision. Oh, 10 Ausdauer, wenn sie einen Infizierten tötet. Okay, sofort einmal wiederbeleben. Präzision, 20% Genauigkeit. Alle 60... Okay, wir nehmen sie hier. Komm. Setze deine Charakter- und Kartenauswahl fest. Ähm... Ja, festlegen. Eine Zählung übrig. Wähle deine Karten. Verletztes Tier. Wenn du bei kritischer Gesundheit tötest, stellst du eine Gesundheit wieder her. Nachladegeschwindigkeit, 20% Heilungseffizient. Ändert deinen Schlag zu einem Messer. Ähm... Ausdauer brauchen wir nicht, kriegen wir da. Kommen wir in den Marm. Okay. Was haben wir denn hier? Ich würde aber die Pumpe an ausprobieren. So... Eins einkaufen. Wir haben 1000. Was können wir denn? Verbesserung des Teams. Können wir gerade nicht. Munition sieht soweit gut aus. Waffen brauchen wir nicht kaufen. Oh, ein Wettbewerbskolben. Munition. Zubehör. Ich habe es ja auch noch nie gespielt. Deswegen, ich gucke ganz schnell einmal durch. Blendgranaten. Knallfrösche. Rohrbombe. Oder Rauch. Rohrbombe. Pickgun. Defibrillator. Erste Hilfe. Äh... Nehmen wir einmal mit. Und... Die nehmen wir auch mit. Sonst können wir nichts machen. Okay. Das sieht gut aus. Erste Hilfe haben wir. Und äh... Wir haben... einen Taser. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Gleich. Wir schauen nochmal die Waffen nach. Wir haben einen Schläger. Wie kann ich den Schläger denn auswechseln? Den hätte ich gerne gewechselt. Na gut. Geht wohl nicht. Hier haben wir nichts. Dann können wir jetzt raus. Oder da hoch? Ne. Oder raus. Da ist die Ecke. Einmal noch gucken ob hier irgendein Shit liegt noch. Nein. Dann können wir raus. Okay. Okay. Let's go. Let's go kick some ass. Yes please. Das ist schlagen. Wir sehen. Okay. Markieren. Oh. Den wollte ich kaputt schlagen. Okay. Öffnen. Okay. Da greift mich doch tatsächlich einer an. Was haben wir hier? Äh. Bräunig. Okay. Damit kann ich die also nur zurück stoßen. Reloading. What haben wir hier? Schmerzmittel. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Haben nicht alles. Okay. Ähm. Waffe bräunen noch nicht. Okay. Warte hier lag doch noch was. Was. Er hat schon mitgenommen. Vom Bad Walker. Äh. Lade. So. Hey. Got some tools over here. Was. Was das. Okay. Nehmen wir den mit. Hm. Neh. Hand abgeschossen. Geil. Okay. Weiter geht's. Oh oh. Oh. Okay. Haben wir mitgenommen. Oh. Geil. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh shit. Bücher brauchen wir nicht. Dann müssen wir hier hoch. Aber den. Das Cache nehmen wir mit. Oder Kupfer. Was auch immer. Okay. Nein. Oh. Sorry. Oh. Von hinten auch noch. Hab ich ja gar nicht gecheckt. Kommt von überall hier. Ah. Bots hat's mitgenommen. Okay. Ich hör schon. Äh. Was wollen wir hier mit. Benzin. Okay. Oh. Muss ich gedrückt halten. Was. Wo. 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 Oh. Ich war grad am laufen. Komm. Befreit mich. Alter Schwede. Und das war erst der Anfang. Oh shit. Ähm. Was sagt meine Gesundheit. Äh. Es. Geht. Wie kann ich die. Heilung. Okay. Heilung benutzt. Dann müssen wir jetzt die Brücke runterlaufen. Nützt ja nix. Oh. Erstmal die Kiste noch hier gucken. Was haben wir hier. Ein Kolben. Den nehmen wir auch mit. Den haben wir ja schon. Oh. Waffe schon gut ausgerüstet würde ich sagen. So. Lass mich da durch. Wir müssen hier runter. Oh. Granaten. Haben wir auch. Mit RB. Sehr schön. Jetzt hab ich da durch. Danke. Okay. Oh. Ein paar Zombies. Na komm her. Oh. Okay. Müssen wir hier runter. Ich hoffe ja mal nicht. Ich hör irgendwas. Mal kurz. Wo 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 wo. Oh shit. Wo kommt der denn her. Da. Müssen wir lang. So, und die Gegend abchecken. Okay, das sieht gut aus. Matt, nehme ich. Hm... Ah, da habe ich schon wieder vollgerotzt, der Sack. Na ja, ich bin schon am Nachladen, kein Problem. Erstmal looten hier. Ja. Noch mehr, danke. Hier auch noch, auch danke. Was haben wir hier? Eine Kiste. Schnell aufmachen. Yes. Alles klar, dann können wir weiter. Oh, hier. Da kommt schon, Dicker. Kommt schon. Ich bin dabei. Hab ihn, hab ihn. Hab alles klar gemacht, Leute. Alles gut. Was? Wo? Okay, da ist einer. Was ist da? Verband. Kann ich den aufheben? Nein, ich behalte die Medizin. Ich töne noch was. Nein. Okay. Wir können weiter. Gleich. So, jetzt können wir weiter. Wie die Lemminge lauft ihm hier. Ist ja Wahnsinn. Alle platt machen hier. Komm, lad nach. Schnell. Okay. Okay. Haben wir hier noch was? Oh, oh. Haha. Lass die Horde kommen. Wir stehen hier eigentlich gut. Wir stehen hier gut. Lass sie kommen. Nachladen. So, wo ist der Große? Da ist er. Ne, alle ist schon platt. Ha! Und das nennt sich Borde. Ich hab alles voll. Hä? Nachladen. Okay. Hast Glück gehabt. Komme ich da rüber? Zeit abgelaufen. Ah, ist nicht schlimm. Wir testen das ja eh zum ersten Mal aus. Na, was kann ich da? RB. Okay, statt die Granaten. Alles klar. Okay. Wollen wir die nächste Horde holen? Komm. Die da ab nach oben. Ab nach oben. Ab nach oben. Lasst sie kommen. Ich helfe euch hier. Ei, 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 ei. Oh, das war meine. So, der ist Geschichte. Der Exploder ist auch weg. Sehr schön. Hey, wir haben die Wellen überlebt. Gewehr Munition brauche ich nicht. Ich brauche Schrotflöten Munition. Finden wir bestimmt gleich noch. Und so, was haben wir in der Halle hier? Gewehr Munition. Pistolen Munition. Auch Gewehr Munition. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Wo, 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 wo. Na, voll gesaut hat er uns. Okay. Die sind auch weg. Gut, haben wir hier sonst noch was liegen? Leute, habt ihr irgendwas gesehen? Nein, nein, dann können wir wieder raus. So, jetzt müssen wir hier rüber. Oh. Bleib nach. So. Gut. 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 Haben wir das auch erledigt. Da war doch noch ein Zombie. Oh, oh. Muss nachladen, tut mir leid Aber er ist schon platt Das ist gut Was, der ist nicht platt gegangen davon? Nice, wieder da rumfliegen So, den schnappen wir uns auch noch mal Weg damit Oh Irgend mal nachladen Und dann lasse kommen Tür 1 ist erledigt Was haben wir hier Oh, Loot, 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 Loot Oh, Medizin Brauchen wir die gerade Schmerzmittel Okay, Ammo? Wo ist Ammo? Weg mit euch Ah, da ist er Sehr schön Genau das habe ich gebraucht Schnell die Kiste öffnen Beim Hochreißen noch hätten ein Zombie weggemacht Ah Oh, das ist gar geil Oh, shit Das war unnötig Mega unnötig war das Oh, was haben wir hier? Nichts besonderes Ey, ich habe Wieso habe ich einen scheiß Sniper mitgenommen? Fuck Das habe ich ja gar nicht gecheckt Da ist meine Schrottflinte Danke Danke Der Bot ist ja geil Safe Room Was? Bleib mal locker Ah, der versteckt sich da drin Alle drin? So, und komm raus Yeah, abgeschlossen Wie, ich bin der einzigste Der welche getötet hat Das kann nicht sein Kupa 1200 Okay Tunnel des Blutes Startpunkt wurde freigeschaltet Bereit Nächste Runde, bitte Okay Wähle eine Karte Was nehmen wir jetzt? Mhmm Munitionskapazität Nehmen wir die mal Okay Alles klar Können wir was kaufen? Oh Lila ist natürlich richtig geil So Verbesserung Unterstützung Kapazität Nehmen wir das hier Nice Das, das behalten wir Okay Wir können los Und raus Let's do this So Wie komm ich da hoch? Erstmal machen wir den weg Mit einem schönen Kopfschuss Oh, was? So Und wir holen jetzt wieder die Meute Das ging ja schnell Das ging ja schnell Was? Oh, das war Oh, sorry Oh, sorry So Jetzt muss ich nur noch gucken Wie ich da hochkomme Missionen mitnehmen Sehr schön Und weiter Was haben wir hier? Knallfrösche Was ist das hier? Verband Brauche ich gerade nicht Ich habe noch Medizin Nachladen sollte ich Das ist gut Das ist eine gute Idee Was? Fuck you Weglaufen Oh, oh Ja, genau Noch und noch Ein Aua Nachladen Kommt schon Aua Aua Oh, oh Weg hier Ja, ja Ich weiß Ich habe auch keine Granaten mehr Nichts Komoga Stirb Oh, oh Jetzt hat das wieder Auf mich abgesehen Und weg hier Und tschüss Mal gucken Mal gucken Ob ich ihn kiten kann Hier bin ich Was? Wo ist er hin? Der kommt bestimmt Gleich wieder So, was haben wir hier Jetzt noch Äh Knallfrösche Ne machen wir mit Oh Eine Kiste Ein Defibrillator Ein Picklock Haben wir ja noch Ganz flasche Mhmmm Boah, sind wir aber gut Zurück gedrungen worden Oder gedrängt worden Na komm Du kriegst auch noch Ähm Jetzt müssen wir da Eigentlich in die Halle Rein hier Ne Da ist noch einer Komm mal her Oh, oh Okay Dann weg hier Ähm Nix, was ich brauche Einen rasanten Durchmarsch Hier machen Komm her Na, in dem Moment Muss ich wieder nachladen War klar Oh, oh Den haben wir auch Hervorragend Den gibt's hier bestimmt Loot Komm, den machen wir Mit dem Ding hier Platz So Dann gibt's hier noch Kisten Noch mehr Kisten Ähm Hier Kolben Ja Yes Weg ist er So Dann haben wir hier Was mit Türen Und Alarmsysteme Sagt er mir Genau Oh, oh Yes Genau so muss das Oh Kann ich die haben? Danke Er ist alles hier Freiräumen Alle weg Was bist du denn für einer? So Guckt euch das an Sieht das nicht geil aus? Eine Meute So Dann nehmen wir das Zeug hier noch mit Das hier noch mit Karten immer mit Den haben wir auch geschafft Außerhalb der Reichweite Ohne Ende Cash Und hier gibt's Baseball Action Ich bin kurz vorm Verenden Aber egal Und Lass mich sterben Lass mich sterben Lass mich sterben Nein Leider nicht Aber Es ist ja nicht schlimm So Habe ich's nochmal überlebt Denn die 30 Minuten Sind leider 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 Vorbei Auch wenn's Noch so viel Spaß macht Ich hoffe Ihr konntet Einen kleinen Einblick Bekommen Und habt selber Bock drauf bekommen Dann wünsche ich euch Natürlich viel Spaß Denn im Moment Ist es noch Im Xbox Game Pass Stützen und supporten Und mehr kann ich dazu Nicht sagen Außer vielen lieben Dank Und hoffe ihr seid Beim nächsten Mal Auch wieder dabei Von daher Ciao ciao Bis dann Bye bye B Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020